Zitronenfolge Ich mein, klar ist das jetzt nicht so viel bei 80 Cent, 16 Euro, aber das nimmt man auf jeden Fall mal mit. Wenn ihr seht, wir haben ja schließlich nicht so viel Geld gerade auf der Bank. Das muss erst noch rüber gebucht werden. Von daher, gucken wir mal! Oh, sehr gut! Weiter geht's! давайте, wieder rein. Gerne. Das ist besser! Trennen. Gerne. Trennen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Der Gewinn natürlich umso besser. 40€ für das Zitronenvollbett, das kann man machen. So kann es weitergehen. Aber dieses Durchstoppen ist natürlich richtig nervig. Sehr gut, da ist nochmal ein Bild. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, was haben wir denn dieses Mal? Ich bin mal gespannt. Ah, die Kirschen. Okay. Ich wieder automatisch die Zitronen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Runde 4 von 10. Und ja, sehr gut. Wir haben eine Verlängerung geholt. Nicht schlecht. Ich bin mal gespannt, ob die was bringen wird. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, nächste Runde. Oha, Vollbild Melonen. Krass. Das ist mal ein guter Gewinn. Wie viel ist das genau eigentlich? 160 Euro. Krass. Sehr, sehr gut. So kann es weitergehen. Krass. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018